Palworld ist draußen und jetzt fragt sich jeder, wie komme ich am besten an XP? Ich bin inzwischen Level 19 und ich habe eine ganz einfache Sache verstanden und wenn ihr diese versteht, dann ist XP gar kein Problem mehr für euch. Bevor das Ganze richtig losgeht, Leute, ich bin täglich mit Palworld auf twitch.tv. Da könnt ihr mich gerne besuchen und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Bock habt, einfach gemeinsam hier die Welt zu erkunden, gesellt euch gerne dazu. Bevor ich euch nun erkläre, was ihr machen müsst, um effizient an XP zu kommen, erkläre ich euch ganz kurz, wie das System in Palworld funktioniert. Ihr bekommt in Palworld für die verschiedensten Sachen XP, zum Beispiel Holz abbauen, Stein abbauen, was auch immer abbauen, irgendwelche Sachen bauen aus eurem Technologiekatalog, aber um am effizientesten an XP zu kommen, geht das überwiegend über Pals fangen. Wenn ihr auf Escape und dann auf Paldex geht, seht ihr, dass es hier verschiedenste Pals gibt in der Welt von Palworld und es gibt für jedes dieser Pals einen Fangbonus. Den seht ihr genau hinter meiner Kamera und zwar hier die zehn Stück, die ihr dort sammeln könnt. Das könnt ihr für jedes dieser Pals machen und jedes Mal, wann immer ihr ein Pal mehr fangt, bekommt ihr einen XP-Bonus. Und dieser XP-Bonus ist nicht nur absolut, sondern der ist kumulativ. Was bedeutet das? Das heißt also, für das erste Pal, was ihr fangt in eurer eigenen Reise, bekommt ihr eine gewisse XP. Die wird sehr wenig sein, die wird irgendwie fünf bis zehn XP sein oder sowas. Dann fangt ihr das zweite von dieser gleichen Art, euer Fangbonus steigt. Also sagen wir mal zum Beispiel, für den Mao bekommst du beim ersten Fang, und das ist jetzt beispielsweise sein erstes Pal überhaupt, bekommst du fünf XP. Wenn du dann ein zweites davon fangst, bekommst du zehn XP, also als Beispielrechnung. Das heißt, du bekommst fünf XP im Bonus. Wenn du jetzt zu einem anderen Pal gehst und das fängst, fängst du nicht bei fünf wieder an, sondern du fängst bei zehn an. Und das kumuliert sich ebenfalls wieder hoch. Das heißt also, wenn du dann jetzt zu Celeray gehst und ihn das allererste Mal fangst, bekommst du halt nicht zehn, sondern du bekommst direkt 15 XP, weil du halt auch noch das allererste Mal den hier fangst. Jetzt sagen wir mal als Beispielrechnung, du hast Celeray schon jetzt zehnmal gefangen und du hast Mao zehnmal gefangen. Und nach unserer Beispielrechnung bekommen wir pro Gefangenen Unikat fünf XP Bonus, bis wir die zehn hier voll haben. Danach bleibt dieser Bonus immer gleich. Das heißt also, du hättest dann 50 für Mao und 50 für Celeray bekommen. Das heißt also, dein Fangbonus ist jetzt 100. Wenn du jetzt also zum Beispiel nochmal einen Mao fangen willst oder nochmal einen Celeray, was du ja schon zu zehnfach gesammelt hast, bekommst du immer 100 XP. Das heißt, jedes weitere Celeray nach zehn, in Summe mit Mao zehn, bekommst du immer 100 XP. Wenn du aber jetzt zum Beispiel das Pal wechselst und du gehst jetzt auf Direhole zum Beispiel und jetzt willst du den ebenfalls fangen, dann bekommst du, weil du ihn noch gar nicht gefangen hast, 105 XP. Du bekommst, weil du den Zehner Bonus noch nicht voll hast, jetzt auch hier wieder Bonus XP drauf. Das heißt, das zweite Direhole, was du hier fängst, beginnt dann mit 110 XP. Und das Ganze geht so weiter. Es ist ein ganz krasser Snowball. Und ich habe erstmal sehr lange nicht verstanden, wie das Ganze passiert. Ich dachte, das ist irgendwie abhängig vom Level oder so. Weil ich jetzt ein höheres Level habe, bekomme ich auch mehr XP. Nein, Bullshit. Ihr bekommt einfach nur für diesen Fangbonus immer weiter XP. Und der ist kumulativ. Also wenn ihr irgendwann zum Beispiel fünf Pals habt und alle fünf Pals habt ihr schon zumindest zehnfach gefangen, dann heißt das, ihr habt fünf mal 50 XP Bonus, das heißt 250. Wenn ihr wieder dieses gleiche Pal fangt, bekommt ihr wieder 250 XP. Aber wenn ihr das Pal wechselt und dann dort weitermacht, bekommt ihr wieder immer fünf XP drauf. Das heißt, dann bei dem sechsten Pal, das ihr zum ersten Mal fangt, bekommt ihr dann schon 255. Und das Ganze geht dann hoch bis 300. Und gerade am Anfang solltet ihr halt zusehen, dass ihr die ganzen Anfangsgebiete abklappert und dort alle Low-Level-Pals fangt, wie zum Beispiel einen Lambal oder einen Chikipi. Um nun so viele Palze wie möglich zu fangen, um diesen Bonus zu garantieren, brauchen wir jetzt natürlich Unmengen an Palze, die wir durch Palze-Sphären bekommen. Diese Palze-Sphären können wir halt an unserer Station bauen. Dafür brauchen wir ein paar Rohstoffe. Wir brauchen Stein, wir brauchen Holz, wir brauchen Paldium-Bruchstücke. Und das ist ziemlich mühselig. Und jetzt kommt der ganze Trick an der ganzen Sache, Leute. Das Wichtigste ist, dass ihr erstmal Level 5 irgendwie erreicht. Das geht ziemlich zügig. Und dann schaltet ihr mich diese Vieh-Farm in eurem Technologiebaum frei. Diese Vieh-Farm ist key. Als nächstes geht ihr auf eurem Pal-Decks und geht auf die Nummer 14. Nummer 14 ist Fixie. Fixie Hartmann. Wie dem auch sei, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, es gibt auch hier sogar ein Habitat, was euch genau anzeigt, wo diese Pals vorkommen. Und zwar hier oben, Habitat. Dann seht ihr ungefähr, wo diese Palsorten halt häufig vorkommen. Je gelber, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch dort erscheinen werden. Und ich befinde mich gerade genau in dieser Gegend. Und genau vor mir läuft ein Fixie weg. Dementsprechend direkt hinterher. Das wollen wir immer fangen, ja. So. Das müsste jetzt mein drittes Fixie sein. Ich kann euch empfehlen, erstmal vier Fixies zu fangen. Wieso werdet ihr jetzt gleich sehen? So, sobald ihr also Level 5 erreicht habt, ein paar Fixies gefangen habt, am besten so vier Stück, und dann die FIFA mit euren Technologiepunkten freigeschaltet habt, könnt ihr diese direkt bauen. Ihr braucht 50 Holz, 20 Steinen und 30 Fasern. Holzstein ist klar, Fasern bekommt ihr unter anderem durch Holzabbau einfach, ja. Es gibt auch dafür einen Zerkleinerer später, damit könnt ihr die auch gezielt farmen. Aber ihr braucht erstmal nur eins davon, eins reicht absolut aus. Jetzt könnt ihr hier an eure Palbox gehen, wenn ihr das Ding gebaut habt, und könnt erstmal hier ins Lager diese Fixies reinsetzen. In dem Fall, ich habe jetzt hier nochmal zwei weitere gefangen. Also ich habe jetzt insgesamt hier drei Fixies. Und das schöne an Fixies ist, und da steht auch hier unter Paldex, setze es auf eine Feefarm, und es wird manchmal Gegenstände ausgraben. Was können nun diese Fixies ausgraben? Sie graben aus Pfeile, Goldmünzen, aber auch vor allem Pal-Sphären. Und schaut mal hier, ich habe bis jetzt nur ein Fixie gehabt und noch ein paar andere Pals, die hier ein bisschen Feefarm betrieben haben, für Wolle und so weiter und so fort. Und hier liegen überall diese verschiedenen Pal-Sphären, und ich kann einfach rüberlaufen und sammle die einfach ein. Es ist einfach unendlich viel. Und auf eine Feefarm können bis zu vier Pal-Sphären gleichzeitig arbeiten. Das heißt also, wenn du hier vier Fixies hinsetzt, bekommst du einfach das Ganze mal zwei, mal drei, mal vier. Es ist geisteskrank, wie viele Pal-Sphären man dadurch bekommt. Und einmal quasi so ein bisschen die Land erkundigt, und dann kommt man zurück, hat man wieder ein paar Pal-Sphären im Inventar und kann damit direkt die ganzen Pal-Sphären fangen. Solltet ihr mal Schwierigkeiten haben, dass diese Pal-Sphären nicht das machen, was ihr möchtet, nämlich in dem Fall Feefarm betreiben, dann könnt ihr einfach hingehen und die Fixie sammeln, indem ihr F drückt, auf der PC-Version zumindest, und könnt dann anschließend sie einfach hier in die Farm reinwerfen und dann steht auch links Zuweisung zu Feefarm erfolgreich. Und damit ist klar, dass Fixie jetzt nur noch hier für uns Pal-Sphären sammelt und Pfeile und Goldmünzen. Ich habe mich nun mal auf die andere Seite gesetzt, damit ihr mal seht, wie viel XP-Bonus ich schon bekomme inzwischen, weil ich so viele verschiedene Pal-Sphären und sehr häufig gefangen habe, weil ich halt diesen Fang-Bonus 10 pushen möchte. Und ich möchte das halt noch weiter bringen, denn Max-Level ist nicht Level 19 oder sowas, sondern Max-Level ist Level 50. Also, damit ihr mal sehen könnt, wie viel XP ich bekomme, versuchen wir mal jetzt dieses Melt-Packer zu fangen. Ja, also, tut mir leid dafür, dass du gerade beim Schlafen geradet wirst, aber wir müssen das einmal zeigen, damit ihr seht, wie viel XP man so bekommt. Also, Daumen drücken, 55%. Der haut ab, oder? Nee, der bleibt. Der bleibt, super. Ja, also, dann schaut mal an. Unten rechts 585 und eben habe ich noch irgendwas mit 570 bekommen. Also, das Ganze kumuliert hoch. Ich bin Level 20 gerade geworden. Und wenn ihr auch für XP gehen wollt, dann ist das die beste Methode. Auch wenn anderes sicherlich ein bisschen XP gibt, ist das die beste Methode, die mir bis jetzt bekannt ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Follow da unter diesem Video. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Leute, kommt auch gerne in den Livestream auf twitch.tv slash makayashi. Bin ich täglich mit PAL World gerade online und bin dabei, die Welt zu erkunden. Also, viel Spaß in PAL World und frohes Fang. Outro 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 Outro